Diese wunderhübsche Setterhündin heißt Amra. Sie ist erst zwei und ein halb Jahre alt. Sie hat einen Kamin am Portobleib. Sie hat einen Fluch hinten auf dem Hinterbein. Das werden wir jetzt am Arnisch gelassen kommen, wie das ist weg. Da weiß man, dass immer wieder wegsteht und das ist anscheinend schlecht operiert worden. Und da muss man mal schauen, was daraus wird. Sie verdrinkt mit allem eine hübsche, sehr zarte, ein bisschen sehr ängstliche, sie kennt uns nicht, aber eine sehr liebefreundliche Hündin ist das. Amra.